Musik Äh, was? Dein Server hängt wieder, ne? Ich? Ja, ich bin grad Heiltrank gemacht und das geht nicht. LOL Was? Sebi? Ja? Waren hier jetzt grad nicht eben irgendwo Karotten und so? Ja? Brauchst du? Ja, weißt du für was? Für was? Einfach einen Heiltrank. Oh, da sind eben sowohl die Smaraggen. Ich hab gedacht, braucht man drei. Okay, schau kurz. Irgendwas mehr stimmt nicht. Strom brauchen zwei. Brauchst du vier für einen Beutel Smaraggen? Diese grüne Smaraggen. Pulver. Stau. Brauchst du vier Smaraggen? Für eins. Mhm. Ein grün Smaraggen. Stopp. Brauchst du vier Smaraggen. Ja. Was brauche ich denn für meine Waffe? Was brauche ich denn für meine Waffe? Nur noch zwei veredelte grüne Smaraggen. Der Smaraggen. Wie viel hast du? Sieben. Oder? Das schaue ich gerade. Kriege ich deine? Ja, von mir aus. Dann kann ich mir meinen Stab auf jeden Fall machen. Dann muss ich irgendwie mit... Ja, komm mal schnell auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier doch die... Da hinten sind ja noch welche. Vielleicht reicht es ja noch. Das... Wie viel brauchst du nochmal? Für diese Heilung oder was? Mhm. Vier Staub. Vier Staub. Glaub ich. Dem ich nicht drische. Muss man schauen. Weil du nimmst alles. Du nimmst einfach alles. Ich bekomme gar nichts. Ich habe erst eins bekommen. Doch jetzt bekomme ich. Ich glaube kein Scheiß. Jetzt hast du mehr Willkommen oder? Das müsste eigentlich jetzt reichen. 17. Oh, du hast dann der Boss, ne? Was? Hinter dir ist das Portal zum Boss. Ich? Gibt es schon Boss oder was? Ich glaube schon. Drück mal ein. Ich glaube nicht. Das ist zu schnell. Ah ja, stimmt. Doch. Hier gibt es weg zum Boss. Alter, das geht schnell. Mhm. So, wie viel hast du jetzt? Warte. Ah, dem sind auch noch welche. Warte. Ich farm einfach und dann lege ich dir den Rest in die Truhe von meinem Ding, ne? Ja. 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 Wie viel habe ich schon? Ich habe 28 schon. Äh, 4 mal 8 ist 32 brauchst du. Ich brauche nur 16. Ich brauche nur 16. Schnellsmalaten. Ach, den einfach halt dran kannst du nur beim Altar machen. Ich glaube schon ja. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich weiß glaube ich nur. Aua! Weg! Schau mich an! Ja, der! Aua! Weg! Weil war ja nicht noch gerade zum Rakte? Also die ist schon abgebaut? Wo? Hier! Ja. Ja. Ja, da sind sie. Sehe ich. Ich würde sagen wir porten uns jetzt wieder zurück, oder? Ja. Baust du noch gerade ab, ne? Ok, jetzt. Warte, nein. Was mache ich denn? Ok. Probierst du? Ah ja, da sehe ich. Auf anderer Seite sind sie. Nein, ich habe mich verklickt. Ja, das glaube ich. Ich weiß, was finde ich dieses Spiel scheiße. Die Eisen. Die sind so scheiße aus. So. Äh. 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 Lol. Wie viel brauche ich? Vier, ja. Also wieder ein 50er Stack hast, dann reicht es. Achso, jetzt brauchst du doch so lange, um das herzustellen und alles. Ich habe schon reingemacht, gell? Hm, ja. Hä? Ich brauche aber kein Pulver. Was brauchst du? Nur Smarag? Ich brauche gerade, ja. Boah. Egal, egal. Ich habe 8 Pulver Smarag näher gestellt. Ja, ja. 8 Pulver ist gut. Aber dann nur ein Ding herstellen. Einen Zauber, nicht zwei gleich, ne? Ich habe nur eins. Ok. Äh. Die restliche Pulver mache ich hier rein, gell? Ja. Warte, Pulver? Wo? Hier, die andere. Oh, dann mache ich mir auch gleich einen Zauberspruch. Zum Heilen. Ne, das finde ich besser. Oh, die Tränke finde ich kacke. So, jetzt gehen wir auf die Waffe. Ich brauche noch... Ah, toll. Eisen, Eisen. Zwei Wands, ne? Ja, oh. Ja, zwei Wands. Die brauche ich? Wie brauche ich die Kupfer? Oh, ich habe keinen. Ich habe keinen Platz. Gut. Was machst du da? Oh, mein Zauber. Alter, voll der große Stab, ey. Mach mehr... Oh, machst du mir ja noch Angst? Nein. 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 Gut. Ich habe mir einen Bogen gemacht. Und eine Spitzhacke. Warum kann ich jetzt nichts herstellen? Ach so, Werkbank steht da. Oh, ich müsste echt mal ausmisten, so ein bisschen. Was? Mach mal, die truhe ich hier nur mit Kristallen hier, oder? Okay. Will ich kurz schauen... Wo ist das hier? Wo ist das? Genau das. Okay, das heißt, ich habe alles noch... Ah, habe ich noch zwei? Oh, nice. Bauwohl brauche ich. Guck mal... Was? Was? Oder ich würde sagen, auch Staubzeug, wenn wir so alles reinmachen, oder? Mhm. So, das mal. So. Warte mal. Wie war das noch? Wie war das noch? Grüne... Grüne Staub... Äh, hä? Das brauche ich nicht... Ach so, man kann auch nicht auf die Kisten zugreifen, wenn du auf die Kisten zugreifst. Ja. Das ist nicht im iCraft, dann kannst du da einfach so... machen. Mhm. Ach so. Ich glaube nicht. Ich brauche... Ich brauche fünf. Hast du noch einen Staub? Nein, ich habe alle dir gegeben. Kannst du dir herstellen. Ja, ich brauche nur noch eins dann. Ich mache noch eine Truhe, oder? Ja. Wie langsam wird es knapp. Für Eisen würde ich dann sagen. Ja. Hallo? Nein. Tadao! Ach, das... Das ist... Kohle... Ähm... Da. Ähm... Du, 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 du... Oha, wir haben ja schon fast elf. Ah jo. Die Zeit läuft. Ja, ich muss jetzt dann auf jeden Fall aufhören. Ja. Machen wir ja. So, ich habe jetzt Blitzschlag zwei. Okay. So sterben willst du schon? Ja, natürlich. Ich bin Zauberer. Was willst du denn so? Ich will aber schnell meinen Stab noch testen, wie viel Damage der macht. Okay. Okay, ein... LOL, der macht sogar den kaputt. Was? Äh, Boden. Mit dem Zau-Shop muss ich voll aufpassen, man. Okay, meine Marken so viel über... Ein Blitzschlag kaputt. Guck mal, jetzt habe ich aber die Kralle gemacht. Echt? Ja. Guck mal, die Dinger abzubauen. Nee, das machen wir ja schon, aber mit Einschlag machen die hier immer noch nicht kaputt. Du, das macht der ganze Boden kaputt. LOL. Muss ich aufpassen. Warte mal. Feuer voll! Okay. Äh, schießt auf den Stein. Mal sehen, ob der macht kaputt. Ja, wo wollte ich ja was, aber ich bin zu weit weg. Nee, ich glaube, der macht nur Erde kaputt. Sie sollten eher machen nur Erde kaputt. Ah, wegen Natur jetzt, oder wie? Nee, ich glaube... Stein ist zu hart. Und Erde ist zu weich. Deswegen. Hahahaha, Alter. Bekommt jeder ein Rezept, oder nur ein Rezept? Ich weiß nicht. Ich glaube nur eins. Aber das, wenn du jemanden liest, den da, dann glaube ich beide haben wir den da. Keine Ahnung. Ich vermute. Alter. Da nimmt mal die Hälfte runter, ey. Ja, aber fast. Ja, er ist der Hälfte. Alter, das ist da echt ewig, bis der fertig ist. Wollen wir ihn komplett kaputt machen, oder? Ja, jetzt machen wir ihn schon kaputt, oder? Ja. Der ist fast down, fast down! Gott sei Dank können wir ja nicht gegen so einen Bo-O-Boss, gell? Mhm. Ja. Kaputt. Hast du was bekommen? Rezept für Fluffis Verstand. Was ist das? Waffe. Neues Rezept. Ich glaube, das ist für dich. Ja, ist klar. Mach zu. Also Waffe ist es nicht. Fluffis Verstand. Und... Ah, Fluffis, das ist das Hasenkostüm. Alter, Baumwolle 20. Beweglichkeit plus 10. Plus 10. Na ja. Bei Rüstung ganz unten. Boah, ich will da durch den Schmelzofen. Ich glaube, du hast noch mal den da. Ich würde es? Ja. Ja, Scheiße. Okay, ich höre jetzt auf, ne? Also Leute, ich werde sagen, auch von mir aus, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns nächste Mal mit Maxi. Ciao. Ciao. Ciao.